Guten Tag! Unsere Namen sind Alison Francis und Alison Schiebloski. Wir präsentieren eine Kurzbiografie über Max Fleischer. Er ist Erwanderer aus Kakao, Galicien, Österreich, Ungarn gewesen. Wir sprechen über sein Leben, dann sprechen wir über seinen Erfolg als Cartoonist, schließlich sprechen wir über seine Bedeutung. Gusstet ihr eigentlich schon, dass der Schumpfler von Betty Booth und Popeye aus Österreich kam? Max Fleischer war am 19. Juli 1883 in Kakao, Österreich, Ungarn geboren. Diese Stadt ist heute in Polen. William Fleischer und Amalia Fleischer waren seine Eltern. Fleischer war der Zweite von sechs Kindern. Fleischer und seine Familien waren Juden. Er ist 1887 nach Amerika gekommen. Er war erst vier Jahre alt. Aus junger Mann studierte er Kunst an Copper Union in New York City. Er arbeitete als Zeichner und Illustrator für Zeitungen und Zeitschriften. Max Fleischer begründete Fleischer Studios mit seinem Brüdern Dave und Lou Fleischer. Hier markten sie Filme. Er erfand das Rotoskop. Er war für die Animationindustrie sehr wichtig. Was ist ein Rotoskop? Man muss direkt auf dem Film zeichnen und man macht eine Animation mit diesem Film. Hier ist ein Beispiel für die Rotoskop. Er war für den Film. Berühmte animationen von Fleischer Studios sind Betty Boop. Popeye. Coco the Clown und Superman the Animated Series. He found himself possessed of amazing physical powers, faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to lead tall buildings in a single bound. The infant of Krypton is now the man of steel, Superman! The cartoons were made with the Rotterstock. Fleischer found Erfolg with easier and faster animation. His cartoons were very beliebt. But many Czech film studios also make many cartoons. Fleischer was concurrent from Disney. Sheelish sold Fleischer Studios nach Miami, Florida. Hier begann ihr niedergang. Sie wollten ihre größten animationsprojekt nach erstellen, Gulliver's Travels. Then let me present myself. My name is Gulliver, your majesty. Lemuel Gulliver, a shipwrecked sailor. At your service. Well, welcome to Lilliputten, Mr. Gulliver. Er war kein Erfolg in zerstörter Fleischer Studios. Max Fleischer starb am 11 September 1972. Zusammenfassend kann man sagen, dass Max Fleischer sehr kreativ und wichtig für die amerikanische Kultur war. Wir bedenken uns für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Also, jetzt mal die garder euch ausbilden. Es으면서 noch in 5... Et man sich einen spoilt. Du hast die Szellaton.